Meine Damen und Herren, zunächst einmal herzlichen Dank fürs Kommen. Wir haben heute einen Bericht vorzulegen, über den viele, viele Jahre hindurch letztendlich diskutiert worden ist. Ein politisch sehr heiß und fedeltes Projekt findet jetzt seinen endgültigen Abschluss, in dem wir auch die Abschlussrechnung vorlegen können. Das seinerzeitige sogenannte Krankenhaus Nord, unsere Klinik Floridsdorf, ist eines der wichtigsten Bauwerke des Gesundheitsbereiches der letzten 20 Jahre in Wien gewesen. Sehr viele heiße Diskussionen, wir hatten eine Untersuchungskommission, Rechnungshofberichte und, und, und. Im Zentralen ging es immer um die Frage, wie gut oder nicht gut haben wir die Bauvorbereitung gemacht, die Baubegleitung gemacht, das Baumanagement gemacht. Und die zweite Frage war, wie teuer ist dieses Spital, wie teuer darf ein Spital überhaupt sein. Das waren die zwei zentralen Fragen. Wie ich im Jahr 2018 meine Aufgabe als Stadtrat übernehmen habe dürfen, war natürlich dieses Spital eines der wichtigsten Aufgabestellungen, denen ich begegnet bin. Das Spital war damals noch im Bau und die Diskussionen über die Untersuchungskommission gerade am Höhepunkt. Wir haben diese Untersuchungskommission dann durchgeführt, waren sehr intensive Beratungen auch in dieser gemeinwärtigen Untersuchungskommission. Und es gab einige ganz zentrale Empfehlungen. Und die wohl für uns auch managementmäßig wichtigste zentrale Empfehlung war die Frage, wie organisieren wir professionell als Wiener Spitalsträger das Baumanagement für zukünftige Projekte. Wir haben diese Beratungen und das Ergebnis dieser Beratungen sehr ernst genommen und haben dann sehr rasch in der Folge auch eine eigene Tochtergesellschaft des Wiener Gesundheitsverbundes gegründet. Eine Tochtergesellschaft für die Projektbegleitung und für das Baumanagement großer Bauvorrat. Aber unabhängig von dieser Frage, wie organisieren wir uns in die Zukunft, war natürlich auch die zentrale Frage, welche Kosten werden am Ende des Tages mit dieser Neuerrichtung dieses Spitalsbaus verbunden werden. Der Rechnungshof hat in seiner Prüfung eine sehr klare Aussage getroffen über die zu erwartenden Baukosten. Und der Betrag, den er genannt hat als zu erwartende Obergrenze der Kosten, war 1,41 Milliarden Euro. Eine gewaltige Summe. Und diese gewaltige Summe hat uns natürlich als Stadt auch gar nicht beglückt. Wir beide, Direktor Wetzlinger, der verantwortlich schon seit vielen Jahren für die Bauabwicklung war und ich, haben gleich zu Beginn 2018 intensivste Sitzungen auch mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgehalten über die Frage, was kann eine realistische Zielsetzung sein, um diesen Bau fertigzustellen. Es waren ja viele Fragen noch offen, große Teile der Baufertigstellung noch ungeklärt, Zeitpläne ungeklärt. Und wir haben eine sehr klare Managementvereinbarung getroffen. Erstens über den Maximalbetrag der Baukosten. Wir haben zweitens klare Managementvereinbarung getroffen über den Zeitplan. Klare Managementvereinbarung drittens darüber getroffen, dass das Spital erstens so rasch vermöglichen Betrieb geben muss, aber bei Betriebsaufnahme sämtliche Bewilligungen vorliegen müssen. Die Vorgabe, die wir vereinbart haben, war, dass das Management einen Gesamtbetrag von 1,34 Milliarden erreichen muss. Die vom Rechnungshof genannten 1,4 Milliarden waren der politische Rahmen, den ich mit dem Finanzstaatrat vereinbart habe. Aber dem Management hatte ich eine engere Vorgabe damals gegeben. Auf der Grundlage letzten Endes der gemeinsamen Beratung und Gespräche mit einem Bauverantwortlichen als Ziel, das erreicht werden kann. Ich freue mich wirklich sehr und bin auch sehr stolz auf die Mannschaft, die im Wiener Gesundheitsverbund arbeitet. Ich bin stolz auf den Vorstand, dem ich mein Vertrauen gegeben habe. Ich habe den Vorstand damals aus der interimistischen Situation eine definitive Führungsaufgabe gegeben. Und ich bin wirklich sehr stolz auf die Mannschaft. Ich bin stolz auf den Vorstand, bin stolz auf den Direktor Wetzlinger und stolz auf seine Mitarbeiter, dass es ihnen gelungen ist, in akribischer Kleinarbeit, in täglichem Ringen, muss man auch dazu sagen, sämtliche dieser Vorgaben überzuerfüllen. Über die Details wird der Direktor Wetzlinger jetzt berichten. Danke vielmals. Sehr geehrte Damen und Herren, mit heutigen Tag ziehen wir einen Schlussstrich durch das Projekt oder Programm K-Nord, das Sie ja vom Begriff her kennen. Sie wissen ja, dass die Klinik Floretsdorf im Juni 2019 erfolgreich in Betrieb gegangen ist. Zuvor war die Baufertigstellung im Dezember 2018. Wir haben in den letzten Jahren, so wie der Herr Stadtrat ausgeführt hat, uns mit den Mehrkostenforderungen, die im Zuge der Verzögerungen und aufgrund der Tatsache, dass der Bau, der ursprünglich ein guter Stück früher hätte fertig sein müssen oder wollen, dass hier Mehrkosten entstanden sind. Diese Mehrkosten waren zum Teil berechtigt, zum Teil aber auch nicht berechtigt. Wir haben einen mehrstufigen Prozess, standardisiert eingeführt, der übrigens international eigentlich gut etabliert ist, nämlich jener, dass zunächst die örtliche Bauaufsicht hier die Prüfung durchführt. Wenn es eine Einigung gibt mit dem Anbieter oder Lieferanten, dann ist es an der Stelle schon erledigt. Sollte es zu Divergenzen kommen, wird das externe Projektmanagement befasst mit der Fragestellung. Und die dritte Stufe war dann die begleitende Kontrolle. Immer gesteuert von unserem Projektleiter und Projektmanagement, die an jeder Phase den Überblick und letztlich auch die bauherrnseitige Vorgaben an die Prüforgane, die wir hier beschäftigt haben, durchgeführt hat. Das alles hat dazu geführt, dass wir nahezu 400 Millionen Euro, die als Mehrkostenforderung zu dem Zeitpunkt 2018 Vorlagen abwehren konnten. Und wir jetzt auf einer Bausumme von 1,262 Milliarden landen. Ich darf vielleicht in Erinnerung rufen, dass der Rechnungshof noch 2017 gemeint hat, dass die Bandbreite bis, wie der Herr Stadtrat gesagt hat, bis 1,4 Milliarden gegangen ist. Das ist also doch ein erhebliches Stück an zusätzlichen Kosten, die der Rechnungshof damals identifiziert hat. Warum wir dann jetzt endlich mit einer Summe abschließen, die mit 25 Prozent ein absolutes positives Ergebnis, ein Ergebnis, das wir auch im Vergleich zu anderen Projekten Großbauvorhaben als sehr gut darstellen können, war eine miliziöse Aufarbeitung aller Forderungen, aller Abrechnungen und letztendlich die konsequente Aufarbeitung jeder Mehrkosten. Mehrkosten werden im Bau sehr schnell, wenn immer irgendwelche Gründe im Baugeschäden gegeben sind, stellen Firmen Mehrkosten, die aufgrund der zeitlichen Verzögerung, aber durch Massenerhöhungen und so weiter entstehen. Und der Bauherr, in dem Fall der öffentliche Bauherr, ist aufgefordert, hier diese Mehrkosten detailliert zu prüfen und dann die Mehrkosten anzuerkennen, wenn sie berechtigt sind, wenn sie nicht berechtigt sind. Und das war ein Großteil von diesen 400 Millionen, können wir sie nicht anerkennen. Und letztlich wurde auch hier mit den vielen Anbietern und Lieferanten ein Einvernehmen hergestellt. Das ist das Erfreuliche an der langen Geschichte dieses Programm K-Nord, das alle Höhen und Tiefen erlebt hat, die in einem Großbauvorhaben auch tatsächlich eintreten. Ein letzter Hinweis vielleicht noch. Es ist auch gelungen, das Einvernehmen mit den Lieferanten herzustellen in Bezug auf die einzelnen Schlussrechnungen. Nur in drei Fällen sind wir vor Gericht. Die Klagsumme beträgt 3,5 Millionen Euro, also verschwindend wenig. Und wir gehen davon aus, dass wir diese Klagsumme nicht erreichen werden. Wir haben sie trotzdem in diese Endabrechnung von 1,2,62 mit aufgenommen, sodass wir sicher sind, dass die 1,2,62 Bestand haben. Alles andere ist einvernehmlich gelöst worden. Und damit können wir mit großer Sicherheit heute sagen und Ihnen vorlegen, dass wir 1,2,62 als aktuelle Schlussrechnung anerkennen können. Danke.